Hallo und willkommen zu meinem nächsten Pokémon Diamant Nasslock Let's Play und wie versprochen gibt es heute den Arena Leiter und im letzten Part haben wir ja mein halbes Team verloren und ja ich hatte zwar gesagt ich will es jetzt regelmäßiger bringen aber leider ist ein bisschen was dazwischen gekommen und jetzt gibt es heute halt das Video aber egal passt schon und mal gucken wie wir uns schlagen werden hier ein Kleinstein gegen Knospi das sollte aber kein Problem sein Mega Sauger und los geht's ich mache das Kleinschein platt ja sehr schön zum Glück ist es die Generation wo Kleinschein noch keine Robustheit kann weil das war mega nervig mit Robustheit und Kleinschein das war echt bitter und ja Knospi erreicht Level 14 sehr schön Knospi super ja jetzt kommt Onix das sollte ja auch kein Problem für mich sein weiter kämpfen und ja hoffentlich kommen wir noch irgendwo hin wo wir eine Route treffen je nachdem wie lange es läuft wo wir einen treffen den wir noch fangen können und sehr schön ich hoffe Onix wird auch besiegt und ja das sieht gut aus das sieht gut aus Onix sehr schön Onix wird auch besiegt ja er hat noch das Fossilien Pokémon und ja das ist natürlich bitter wir kriegen ja später auch noch das Fossilien mal gucken für welchen wir uns entscheiden und ja ich kämpfe natürlich weiter komm schon ja Level 14 gegen Level 14 es wird spannend über Brücker ok wir gehen auf Stachelspur Silberblick ok und wir paralysieren das erstmal könnte nützlich sein weil er schneller ist als ich und er ist paralysiert das ist sehr gut dann setzen wir einen Megasauger ein und hoffentlich klappt es dann ist paralysiert ich glaube so welche Antakten werden nützlich sein später noch und deswegen ja mal gucken Megasauger ne ist noch nicht tot Kokodon Energie wurde abgesaugt und Silberblick ok äh ich will sie sich vorbereiten hoffentlich mache ich ihn vorher platt weil ja wäre gut wenn er irgendwann dann eingreift bin ich ein bisschen im Arsch sag ich mal so und komm schon Knospi streng dich doch an äh Silberblick ok jetzt setzt er bestimmt sehr wahrscheinlich Trank ein war ja klar hoffentlich reicht der Megasauger und macht ihn jetzt platt wäre optimal und ja komm schon Knospi ja so ja der hat genau 20 abgezogen also so wie vorher war der Schaden also nochmal Megasauger drauf nochmal Megasauger und jetzt ist der Arenaleiter endlich besiegt sehr cool mit Knospi die Arena besiegt dann müsste ich glaube ich glaube ich fast auf Level 16 oder so entwickeln Knospi wenn ich das noch richtig im Kopf habe ich glaube selber 16 war das oder Level 20 ich weiß gar nicht mehr auf jeden Fall Level 15 und wir kriegen dann Roselia und ja gewonnen gib mir den Orden und meine TM das ist beschämend ich habe gegen einen Trainer verloren der noch keinen einzigen Orden besitzt ähm ja logisch wenn du der erste Arenaleiter bist dann haben die halt keine Orden wenn du gegen die kämpfst und als Beweis dass du mich besiegt hast ist dies der offensielle Orden Niklaser Held von Veit den Orden cool sehr schön ähm ja die versteckte Maschine zur Türme einzusetzen das ist gut ab ja belief was und TM 76 erhalten das ist dann was war das nochmal Tarnstein okay habe ich auch keinen Punkt mehr um das kann also erstmal nützlos das ist klar aber die haben das ja zum Glück geändert dass man die jetzt mehrfach benutzen kann und wir gehen raus wir gehen wieder zurück ich glaube wir müssen jetzt in die Hülle mit Zertrümmerer ne und da kommt man die Wale okay Bums ja wie ups Niklas hast du den Orden bekommen was ich will genau sein nächstes Ort der eine Arena hat habe ich recht ich bin zur Route gegangen das heißt das heißt nicht wirklich gegangen ohne ein Fahrrad kommst du gar nicht dahin aber dort habe ich zusammen mit meinem Team viele Kämpfe ausgetragen so sind wir stärker geworden hat sich gelohnt nun gehe ich zurück nach Jubelstadt als nächstes steht der Orden von ewig genau auf meiner Liste in 10 Sekunden springte ich los 9 äh wer hat schon Zeit zum zählen Schluss theoretisch könnten wir da auch noch unser Pokémon holen ja aber wir wechseln erstmal auf Shinox und trainieren unseren Shinox ein bisschen könnte uns nützlich sein wenn wir hier unser Pokémon kurz fangen hier oben ne hier war die Route ja hier kommt man nicht weiter kommt schon ein Pokémon und ein Ball okay was wird es? Kleinstein da ich Kleinstein schon hatte darf ich natürlich nochmal gucken ob ich etwas besseres finde das ist natürlich klar so sind die Regeln das wisst ihr ja auch ich mache aber trotzdem mal das Kleinstein bekämpfe ich trotzdem mal und das ist sehr sinnvoll ich wechsel mal dann kann das Shinox sich noch ein bisschen äh Shinox das ist ja so ein bisschen trainieren der hat der Zertrümmerer das ist ja sehr fiktiv der braucht auch ein bisschen Training soll ich auch mal entwickeln ok komm zurück und Level 6 gegen Level 5 ersetzt einigen Line ok ich wollte noch nicht so einen langen Part heute machen ähm und ich setze Techline das war dumm von mir nicht aufgepasst ah das sieht überhaupt nichts ab nicht sehr fiktiv ich weiß ja ja ich denke mal wenn ich das Pokémon gefangen habe den Trainer da unten besiegt habe dann geht's auf also nicht auf sondern dann geht's auf nach Jubelstadt und in Jubelstadt denke ich mal wenden wir dann den Part passt dann schon irgendwie von der Zeit her ne war ja schon wieder bestimmt schon wieder 10 Minuten was ich jetzt hier aufnehme ich weiß noch nicht mal gucken das ist sehr fiktiv aber Kleinstein sitzt Techline ok er hat ja der Kampf zieht sich hier wieder aber ich schwäche immerhin seine Verteidigung so mit diesem Zertrümmerer und ja das sieht doch schon mal gut aus und immer noch nichts immer noch nicht besiegt er dieses Kleinstein sehr schön super Kleinstein wurde besiegt das ist doch schön die es fast erhält 6erfahrungspunkte das ist echt wenig aber holen wir jetzt mal das Item hier und um um die noch Bäre Pokéball gefunden ok komm schon komm schon gib mir irgendwas gutes mach holo das ist doch schon mal schön das ist schon mal gut und töd ich das mit ich kann werfen 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 es ist so einfach ja Beutelbälle Pokébälle los los schon komm schon mach holo wir werden es natürlich auch später mal ersetzen aber im Moment bin ich froh über jedes Teammitglied es hätte fast geklappt was es gibt deswegen nehme ich mach holo gerne mit und ja so ist das halt komm probieren wir es mal ob es klappt sehen wir dann ok es klappt es klappt es klappt es klappt sehr schön war holowoll gefangen sauber ok komm ja den werden wir es mal benutzen für unser Team Müsse nein und wir gehen hier hin machen noch den Trainer das gefälligst suche du brauchst ein Fahrrad um es zu bezwingen du kannst kein Fahrrad du hast kein Fahrrad im Jäger gibt es ein Fahrradgeschäft aha so wir sind mal ein Stückchen gelaufen und hier kommt ein Kleinstein Level 6 können wir mal bekämpfen wie gesagt zurück nach Jubelstadt dann werden wir den Part und dann von da aus gehen wir dann im nächsten Part weiter und ja wieder mit Trinox aber es zieht nicht genug ab ähh das ist dumm Tackle ja wir tauschen wieder auf Bidifas den müssen wir ein bisschen trainieren weil der könnte später noch nützlich sein als vm Sklave und er musste sich erstmal entwickeln ja ich weiß das ist bei vielen im normalen Verlauf die das nie benutzt das Pokémon aber jetzt hier Pidina's Lock als vm Sklave ist der optimal und vielleicht wird er uns in einer anderen Situation noch den Arsch retten er darf halt nur nicht sterben und ja das ist halt so ne Zertrümmerer sehr gut komm schon ähh der ist zu schwach er überlebt keinen zweiten Tackle oder so ne doch ok komm er überlebt Tackle 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 überlebt überlebt ok jetzt muss ich aber wechseln Knospi kommt zurück wie die fast zurück ist auch auf Fragen alle sammeln jetzt jetzt mal ein bisschen Erfahrung und ja Knospi soll ja auch mal ein bisschen auf ein neues Level kommen ok ich hätte jetzt eh überlebt aber das war jetzt das Risiko nicht wert alle sollen mal ein bisschen alle sollen mal ein bisschen leveln ein bisschen alle kriegen ein bisschen Erfahrungspunkte das ist immer gut und ja besiegt sehr schön Knospi besiegt Kleinstein und 20 Erfahrungen für alle das ist doch schon mal gut Scheinlux erreicht Level 12 und er lernt immer noch keine neue Tackle das ist doch kacke und Bedifas hat auch 20 Erfahrungen bekommen und weiter geht's hier runter nach Jubelstadt und ja dann gehen wir nachher nach oben und dann gehen wir zur nächsten Stadt dann verabschiede ich von euch hoffe wir sehen uns bald im nächsten Part wieder bis dann und auf Wiedersehen bis zum nächsten Mal